Wahnsinn! Der DAX hat ein neues Allzeithoch. Herzlichen Glückwunsch und damit die Frage, war es das jetzt mit der Aufwärtsbewegung? Wir haben das Ziel erreicht und wir müssen damit rechnen, dass der Kurs jetzt massiv nach unten geht oder können wir sagen, hey, das ist doch erst der Anfang. Mich hat eine Frage erreicht und die will ich natürlich gerne mit beantworten, wenn wir sowieso über den DAX schon reden. Das ist nämlich die Frage, kann sowas nochmal kommen? Also vielleicht nicht ganz so tief, wie ich es jetzt hier gezeichnet habe, aber irgendwie etwas, was, ich sage mal, irgendwie nochmal hier so runter geht, dahin vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer und anschließend erst nach oben. Ihr seht es ja in meiner Zeichnung, ich habe es immer wieder gesagt, ich bin grundsätzlich bullish. Es gibt noch nicht irgendwie was zu sehen, dass der Markt wirklich massiv nach unten jetzt wegbrechen sollte. Trotzdem ist sowas möglich, dass der Kurs dann nochmal runterkommt. Also möglich ist immer ganz viel, aber ein bisschen Aufschluss gibt uns diese Bewegung, die wir hier haben. Denn das Szenario, was hier jetzt eingezeichnet ist, das ist gar kein untypisches. Das ist eine typische Seitwärtskorrektur. Das ist so ungefähr das, was wir hier im Großen hatten beispielsweise. Hier dann eben in der etwas kleineren Version für viele ein bisschen irreführend, weil der ist doch höher. Wir haben doch hier ein neues Allzeithoch, der ist höher als der. Hatten wir hier aber auch. Hier hatten wir ein neues Allzeithoch zur damaligen Zeit gegenüber dem. Also das ist nicht untypisch. Aber diese Bewegungsmuster haben eine typische Struktur und die kann man immer ganz gerne mal im Auge behalten. Und eine Variante ist eben, oder eine typische ist, dass das hier vorne korrektiv ist, dass das Stück in der Mitte korrektiv ist. Und hinten kann es dann entweder impulsiv oder korrektiv sein. Das hängt davon ab, welche der beiden Varianten es ist. Da gibt es so ein bisschen Möglichkeiten. Flat, dann wäre das hinten eine scharfe Bewegung. Also daran könnt ihr sehen, das ist ein klassisches Flatbild beispielsweise. Das würde das nochmal ermöglichen. So, jetzt gucken wir mal im Detail. Was haben wir denn hier tatsächlich als Aufwärtsbewegung? Hier vorne, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen mit den vielen überschneidenden Gegenbewegungen. Das ist korrektiv. Aber hier, ihr seht das an meiner Zeichnung, wie ich das hier im Moment sehe. Das wirkt sehr wenig korrektiv. Alleine dadurch, dass die Rücksetzer, die wir hier haben, vielleicht ist das hier zusammengehörend und dann das. Das wirkt nicht korrektiv. Das wirkt impulsiv. Das heißt, dass der Kurs jetzt da so runter geht, ist eigentlich in diesem Sinne gar nicht sinnvoll oder nicht typisch. Also das wäre sehr außergewöhnlich, wenn das passieren würde. Dann müssten wir diese ganze Zählweise hier nochmal komplett überdenken, ob das nicht ganz anders wäre im Sinne einer A, B, C. Okay, klar kann das sein, aber das ist von den Größenverhältnissen sehr wenig, also nicht so sehr wahrscheinlich ist vielleicht die bessere Formulierung. Ausgeschlossen ist es nicht, aber es ist eben nicht so typisch und deshalb überhaupt nicht mein präferiertes Bild. Tja, dann kann es ja nur nach oben gehen, oder? Ganz so einfach ist es auch nicht. Denn wenn das tatsächlich so eine 1, 2, 3, 4, 5 ist, dann müsste ja früher oder später, nicht zwingend jetzt am heutigen Tag, aber früher oder später so ein Rücksetzer kommen. Aber ihr seht den Unterschied. Der ist jetzt einfach eine Korrektur dieser Aufwärtsbewegung und dürfte danach wieder nach oben führen, so ähnlich wie wir das hier dann eben entsprechend haben, dass sich das Ganze so fortsetzt. Also, wenn wir hier jetzt nicht mit Anlauf nach unten gehen, und das würde ich im Moment eher als die deutlich geringere Wahrscheinlichkeit sehen, also dieses Bild halte ich für natürlich niemals unmöglich, aber für so wenig wahrscheinlich, dass das absolut nicht mein präferiertes Bild ist. Ich würde mir jetzt wünschen, dass vielleicht heute schon, vielleicht auch erst in den nächsten Tagen, kann auch noch weiter steigen ein bisschen, aber dass danach eine Korrektivbewegung eben kommt und sich dann eben das, was wir hier hatten, nochmal anschließt und wir wahrscheinlich dann, ihr seht das hier oben in der Idee, die ich hier mal eingezeichnet habe, der Kurs sogar direkt schon weiter geht, Jahresendrallye, Ahoi! Okay, also insofern ist das eine Geschichte rückwärts, ja, also das ist nicht verboten, aber wohl eher korrektiv und dann eben die Chance, sich dann wieder noch zusätzlich wieder rein zu positionieren. Jetzt einzusteigen, gut, soll ich sagen, ja oder nein, ich finde es immer eher doof, wenn wir schon so weit gelaufen sind, dann denke ich, lass doch den Rücksetzer und dann erst wieder einsteigen. Wir sparen uns vielleicht ein paar Punkte, die wir es nochmal günstiger kriegen und wir blockieren in dieser Zeit das Geld nicht und können in dieser Zeit vielleicht irgendeinen anderen Trade machen. Jetzt kann man sagen, ja gut, im Stundenbasis, naja gut, aber wenn ich dann vielleicht auf irgendeinem anderen Markt was finde, ist es vielleicht in dem Moment sogar noch besser angelegt. Also, soweit die Einschätzung zum DAX. Nachdem wir gestern aber die Amerikaner schon geskippt hatten, natürlich im Vorfeld der FED, ich will über die FED gar nicht reden, das hat Markus Fugmann heute zum Beispiel schon sehr intensiv hier auch gemacht. Da ist schon auch viel geschrieben worden. Für mich als Charttechniker ist das nicht so wichtig, was da steht oder welcher Meinung man da jetzt vertreten sollte, sondern für mich als Charttechniker ist es, welche Taten haben sich daraus ergeben. Und dementsprechend achte ich nicht auf das Stimmungsbild, sondern auf die Aktion der Marktteilnehmer, denn die spiegelt die Stimmung, die tatsächliche wieder, nicht die geheuchelte. Ja, nee, ich glaube auch, ja, und was tust du dafür? Ja, nee, ja, so, ja, siehst du, also nicht ernst gemeint. Am Chart kann ich aber sehen, was ernst gemeinte Aktion ist, also Meinung umgesetzt in Taten sozusagen. Und dann sehen wir, dass wir hier seit gestern Abend, 19 Uhr war das in etwa, eine sehr starke Aufwärtsbewegung bekommen haben. Und jetzt eine Bewegung, die wie anmutet. Überlegt euch, vergleicht mal Aufwärts- und die Abwärtsbewegung. Welche ist die stärkere? Welche ist die wackeligere? Welche ist die dynamischere? Also, aufwärts scheint die starke zu sein, abwärts offensichtlich die schwache. Sollen wir also jetzt blindlings kaufen? Ich finde immer cool, ich möchte wissen, wann ist die zu Ende? Ja, das kriegt man meistens durch Anrufen nicht raus, aber eine Idee ist, dass man sagt, ich orientiere mich an den Zwischenhochs. Wenn der also nach oben wieder rausgeht, ja, dann scheint dieses Teilstück zu Ende zu sein und dann scheint also die nächste Fortsetzung zu kommen. Und das ist so vielleicht der größte Makel an der Geschichte, dass diese Fortsetzung, die finde ich super. Also, das wäre die Logik, wenn es da drüber geht. Nur wie weit? Ich kann dann nicht einfach 1 zu 1 projizieren, denn das ist nicht die erste Korrektur. Wir hatten hier schon mal eine Korrektur, wir hatten hier schon mal eine Korrektur. Ja, also das heißt, wir sind irgendwo schon in der Fortsetzung und wir können nicht 1 zu 1 immer davon ausgehen, die sind immer gleich lang. Ja gut, manchmal klappt es dann doch, dass es sehr ähnlich ist, aber das ist nicht unbedingt gesetzt, dass das funktioniert, wenn es nicht die erste Welle ist. Für die erste nach einem großen Rücksetzer ist das sehr häufig, aber dieser Rücksetzer ist gemessen an dieser halt nicht groß. Ja, der ist ja viel kleiner. Das könnt ihr sehr einfach messen, indem ihr hier mal so rüber lotet, dann könnt ihr schon sehen, aha, okay, der Kurs kam von unten. Also ist das hier kein vernünftiger, also kein großer Rücksetzer und dementsprechend das nicht die erste und hier kommt dann nicht die 1 zu 1 dritte. Trotzdem, das Bild ist und bleibt vorläufig bullisch, aber auch hier würde ich mich eigentlich sehr freuen, wenn der Kurs dann irgendwann mal so ein bisschen Rücksetzer macht. Ich will ja kein Drama, ich will einfach nur, dass er sich ein bisschen entspannt, zurücklehnt, den Nacken massieren lässt und dann kann man wieder schön hier einsteigen für die Aufwärtsbewegung. Das wäre etwas, was ich total klasse fände und natürlich gerne im großen Bild nutze und im kleinen kann man dann mal gucken, ob man hier nochmal irgendwie was machen kann. Zum Beispiel kann das sein, wenn es dann auf der kleineren Ebene so eine Bewegung gibt. Die Geschwister, hätte ich jetzt fast gesagt, S&P 500 und so, sind ähnlich grundsätzlich unterwegs, auch hier eine deutliche, starke Aufwärtsbewegung. Wir sehen das hier, dass wir immer wieder stärkere und schwächere Bewegungen, ist das eine Abwärtsbewegung? Ja, es ist eine Abwärtsbewegung und das ist offensichtlich die stärkere. Also ihr seht, also hier ist das, das ist eine andere Situation jetzt, aber das Bild ist genau das gleiche. Genau auf das gucken wir jetzt oder haben wir eben gerade beim Dow geguckt. Also ihr seht, worauf das in etwa hinausläuft, beim Nasdaq in etwa ähnlich. Nasdaq genauso, für mich jetzt kein so schöner Einstiegspunkt. Wenn er dann sowas macht, okay, Trigger dann für das. Alternativ, und das ist natürlich immer das, macht er sowas, dann die Abwärtsseite. Was er von den beiden Sachen macht, weiß ich genauso wenig wie alle anderen Menschen auch. Häufig unterstellt man den Charttechnikern, ihr glaubt doch in die Zukunft gucken zu können mit euren doofen Dingen. Das stimmt doch nicht. Irgendwo Linien reinzeichnen, dann weißt du ja nicht, was die Zukunft bringt. Völlig richtig, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wo ich welche Aktionen mache. Nämlich, wenn das die schwache Seite ist, gucke ich, dass ich auf der starken, wenn ich mit dabei bin. Also Impuls hoch, korrektiv runter, dann nochmal irgendeinen Impuls nach oben weiter fortsetzen. Ist nicht die schlechteste Variante voraussichtlich. Soweit die Indizes. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterbringt, ein bisschen inspiriert für eure eigenen Handelsentscheidungen. Das könnt ihr natürlich auf allen möglichen Zeitebenen finden. Ihr könnt, wenn ihr wirklich super aktiv sein wollt, mögt, könnt, dürft, das auf Minuten-Chart versuchen nachzuvollziehen oder sogar noch kleiner. Und ihr werdet feststellen, dass dieses Verhalten da auch zu finden ist. Und wenn ihr sagt, ist doch alles Teneff auf den kurzen Zeiten. Das grundsätzliche Prinzip findet ihr auch im großen Chart immer wieder, wo es nicht jedes Mal schön erkennbar ist. Aber wenn es erkennbar ist, immer wieder tolle Trading-Situationen gibt. Und wenn es nicht beim Nasdaq ist, dann tradet man halt den S&P. Wenn es da halt deutlicher ist, ist doch egal. Hauptsache dabei sein. So, also. Euch alles Gute. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Beitrag. Bye.